...des Bildschirmspflanzen. Sehr Let's-Player-freundlich. Oh ja. Schön, wenn sie die Gegner dabei verdecken und man angegriffen wird. Ah, das ist das doofe Level gleich mit dem Haus, ne? Komm so ein. Was ist mit dir los? Ich fang schon mal an hier so ein bisschen. So, der steht da hinten noch am Dixi-Clo. Okay. Alle aufgerüstet? Moment. Ich muss nochmal eben Munition nachladen. Gibt's hier Munition? Da. Na, kommt, gibt's hier auch nichts. Aber da gibt's noch zwei Pistolen. Was? Ja. Wenn du da drauf drückst und eine noch schon hast, dann hast du zwei. So, weiter geht's. Lacht die doch mal? Die gehen ja nicht kaputt da durch. Die kommen ja jetzt gleich auf uns zu. Messer rein, Gedärme raus. Ich hab'n Paddel. Ich hab'n Paddel. Paddel hier. Da ist ein Granatwerfer, falls jemand möchte. Ich hab'n Paddel. Wo ist der hingestürmt? Wo ist der hingestürmt? Jockey. Danke. Pum. Hoppe. Hoppa. Rechtsrum oder linksrum? Hier ist irgendwo ne Witch. Mhm. so alle rennen einmal rum da unten zwischen den zweiten und dritten bereit ich hätte vielleicht erst mal nachladen sollen so wo mal irgendwo ich habe mich erschrocken alles auf cocktail curry ist ein killstealer ich freu mich erst mal waldi halt du dich auch noch zu befehlen mutti was hier so gestreamt wird steht unten drunter in einem der panels beschrieben oder obendrüber das hat mehr style wer was oh man wer war das das hännisrat dauerung wie auch ungeschafft ich halte kopflos hännisrat ich hab dich durchgefallen paddel kam Boah, ich hab dem gerade nen Koffe gepaddelt. Ich bin burning hot, oh Gott. Ich bin burning gleich tot. Ich werde ausgeweidet. Hinter euch, danke. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Ich beobachte euch dann mal. Der Kampf. Äh, das ist halt Clou. Clou ist tot? Sieht so aus, ja. Deswegen mein Rufen. Hilfe, Hilfe, hinter euch, Hilfe, Hilfe, ich bin tot. Ja, ich bin zum Spitter nochmal. Ich hab nen Puddel. Ich bin zum Spitter und dann ist die oder der oder das verschwunden, dann bin ich zu dir. Sofort. Mit Unterbrechung. Mit Unterbrechung. Sofort mit Delay. So, ich mach jetzt hier mal die Fernsehübertragung. Wie in Hollywood. Sehen die schon. Bist du mal mit? Oh, das bin ich? Hallo. Bist du? Ja, draußen ist noch Zeug. Oh, Vermannskasten. Oh, Kettensäge. Kettensäge? Ne, wo? Ähm. Puddel. Puddel. Ich nehm's Puddel. Man, man gewinnt das Spiel, indem man den Schutzraum am Ende erreicht. Hi, Fumpe. Und es gibt verschiedene Missionen quasi, die man beschreiten kann. Achtung. Oma. Doch nicht. Da hinten. Ach, du bist in dem jail Vayner. Wôi, 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 wäulty, waldi, waldi어요. Waldi, waldi. Waldi, Separation. Nehm mir Brand Munition! Brand Munition. Ja, ich stell sie mal. Hat jemand meinen... Ach ne, doch nicht! Danke Wurst! Ich hab der Frau in den Schritt geschossen. So, weiter geht's. Achso, ich hab dich gar nicht gelesen, von mir. Sorry. Von wo? Von hinten rüber. Ich mag das doch, nee. Du machst es nicht mal. Nee. Machst Apfelwein. Jetzt hat mein Charakter gerade Apfelwein gesagt. Keine Ahnung, der Durf. Apfelwein. Splitter. Oh Gott. Getötet. Sehr gut. Oh Gott, ich bin in die Spucke reingedingsbumst, bevor der schon tot war. Oh Gott. Hey, Flo und Elisra, ihr habt ja gerade beide noch... Weißt du? Wo? Oh. Danke. So, was haben wir? Da, ich hab den Verbandkasten gefunden, aber ihr habt ja noch. Ja. Ja. Ich hab noch. Oh no. Check, 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 check. Tot. Danke. Danke, Flo. Bitte. was für mutanten arm ich mache das auch mal hier ich habe auf die wand geschossen damit ich nach aber mir war doch so kalt er muss verarbeitet werden er will mal gucken wer es ist ich habe einfach in die menge rein hier hier sind noch zwei verwandt und waffen und alles laser visiere hallo grüß dich hier ist noch Ja? Merci. Oh, guck mal, hier können wir schießen. Verpackt? Ähm, die... Hey! Laservisiere hat jeder? Ja. Für 699,99$. Never miss a gun. Ja, die sagt schon. Ich muss auch schon mal sagen. Können wir? Hm. Komm, die sind schon oben. Wie immer. Ich wollte aber auch nochmal Laservisiere sagen. Laservisiere. Die sind schon oben. Schon sieht die Ladentür. Oh, oh, ich bleib hier stehen. Offen. Yay. Ich lauf, ich mach. Ich geh hier nach. Ja. Cola, hab ich. Gut. Du hast die Cola fallen lassen. Ich schiff die Cola. Ich schlag mir der. Ich schlag mir der Cola zu. Schönes Dauerfeuer hier. So muss das. Molotov. Molotov, hab doch einen. Spitter. Könnt ihr mal die Tussi bei mir wegmachen? Du kannst mit dem Kasten zuschlagen. Weißt du ja. Mit rechts. Du war doch gar nicht bei dir. Voll gemein. Du kannst doch die Cola nehmen und 10 Meter vorbewerflich der andere durch die Waffen benutzen. Du kannst doch mit der Cola zuschlagen, wie gesagt. Ah, hier hinten musst du die... Hier hoch. Hier hinter muss der. Stimmt. Lalalala. Lululu. Kommt ihr? Ja, Moment, 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 Moment. Okay. Die Cola in den Schlitz. Was? Weil wir wissen alle, so eine Flasche passt sich total dem an, was außen rum ist. Was? Aua. Was hier? Kann ich nicht. Was hat der uns jetzt aufgemacht? Diesmal war ich es nicht. Ich hol mal Munition. Tu das. Ich auch. Hier unten. Laser Visiere. Was? Laser Visiere. Ja. Aber keine Cola. Nee, leider. Ich lege. Musik. Eine Frage.